In diesem Video möchte ich dir das Addieren von natürlichen Zahlen vorstellen. Bevor wir allerdings loslegen, sehen wir uns zuerst einmal die Fachausdrücke der Addition an. Dazu habe ich dir hier eine einfache Addition aufgeschrieben, 24 plus 37 ist 61. Wie du hier nun siehst, gibt es für jede der einzelnen Zahlen auch einen Fachausdruck. Die erste Zahl der Addition, hier in diesem Fall 24, ist der erste Summand. Danach folgt das Pluszeichen und 37 der zweite Summand. Nach dem Gleichheitszeichen folgt nun 61 und das ist die Summe. Diese Begriffe wirst du immer wieder brauchen, daher präge sie dir bitte gut ein. Nun legen wir aber direkt los mit dem schriftlichen Addieren. Wir sollen die folgenden Zahlen in der Zeile addieren, 632, 9 und 47. Dazu schreibe ich mir die Zahlen einmal auf. Beim Addieren in der Zeile ist es nun wichtig, dass du auf die Stellenwerte achtest. Das bedeutet, du darfst nur Einer und Einer addieren, Zehner und Zehner addieren und Hunderter und Hunderter addieren. Um das zu verdeutlichen, habe ich die Stellenwerte zusätzlich hier eingeblendet. Und jetzt können wir eigentlich schon loslegen mit dem Addieren. Sieben und Neun sind Sechzehn und Zwei ist Achtzehn. Wir schreiben also Acht an und merken uns Eins. Danach geht es weiter mit den Zehnern. Vier und Drei sind Sieben. Wir haben uns den einen Zehner von den Einern gemerkt, also Sieben und Eins ist Acht. Und zu guter Letzt noch die Hunderter, hier haben wir nur einen Summanden mit 100, also 6. Und unser Ergebnis ist 688. Bei dieser Aufgabe sollen wir noch einmal addieren, diesmal allerdings möglichst vorteilhaft rechnen. Ich schreibe also die Zahlen zuerst in der Zeile wieder an, 105 plus 7 plus 15. Zusätzlich steht allerdings in der Aufgabe, wir sollen möglichst vorteilhaft rechnen. und daher bedienen wir uns dem Vertauschungsgesetz oder dem Kommutativgesetz. Dieses Gesetz besagt, dass du die Summanden einer Addition beliebig vertauschen darfst. Ich versuche nun also möglichst vorteilhaft zu rechnen und tausche die Position von 7 und 15. Dadurch kann ich nun zuerst 5 und 5 addieren, die Einerstellen von 115 und danach 7 addieren. Und das erscheint mir in diesem Fall leichter umzusetzen. 5 und 5 sind 10 und 7 sind 17, ich schreibe also 7 an, merke mir 1. Bei den Zehnern 0 und 1 ist 1 plus 1 gemerkt sind 2 und bei den Hundertern habe ich noch 1 und und ich erhalte 127. Eine zweite Art schriftlich zu addieren, ist es die Zahlen untereinander zu schreiben und das sollen wir nun bei dieser Aufgabe machen. Schreibe die folgenden Zahlen stellenwertrichtig untereinander und addiere sie. Entscheidend ist hier das Wörtchen stellenwertrichtig. Das bedeutet, du musst darauf achten, dass die Stellenwerte wieder exakt untereinander sind. Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, Hunderter unter Hunderter. Ich habe das hier bereits einmal gemacht, 105, darunter 7, darunter 15. Auch beim Untereinanderschreiben kannst du natürlich vorteilhaft rechnen. Du bedienst dich wieder dem Vertauschungsgesetz und könntest zum Beispiel 105 plus 15 plus 7 rechnen und somit dir das Leben vielleicht etwas leichter machen. Ich addiere nun die Zahlen, beginne mit den Einern, 5 und 5 ist 10 und 7 ist 17, 7 an, 1 merken, 0 und 1 sind 1, plus 1 gemerkt sind 2 und bei den Hundertern habe ich noch 1. Gerade am Anfang würde ich dir empfehlen, dass du wirklich für jede Zahl ein eigenes Kästchen verwendest, da es dadurch für dich viel leichter ist, stellenwertrichtig untereinander zu schreiben. Diesen Merktext zur Addition schreibst du bitte in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde.